Woher krieg ich jetzt Geld? Ich brauch dringend Geld, ich brauch ein Dietrich Ich würde mich freuen, bleibt aber nicht stehen Ich glaub ich würd mich gerne noch ganz kurz ausglocken Mit STRG D kriegt man die Liste aus Oder du drückst M und gehst in die Karte Dann kannst du auch auf die nächste Liste Wenn ich auslaufe, bist du gleich woanders Musst dann nur wieder herlaufen Ich guck mal, ob danach das Rennen wieder funktioniert Ach, Jeremy ist auch hier Ja Kann ich aus dem Spiel raus? Hilfe Escape, dann hier abbrechen Da wo ich in Google ist, dann Automat Komm mal Tram drücken Kannst du Geld holen? Hier da umfällst Wer ist umgefallen? Da hinten Weg da, weg da Ich bin gestorben Sag das Oh, der hol mir einfach mal eine 5000 oder was? Zivile Leute sind Das ist für Nazis Huchu Der legt sich hier gleich mit der Polizei an Das ist egal Ja, der erklärt mir nicht mal warum Der erklärt mir nicht mal warum Also eine kleine Erklärung wäre erstmal, ne? Ja, der soll mir erst mal erklären warum Kann dir ja nicht einfach Geld abziehen? Hey, der Typ boppte, ich höre den gar nicht Okay, dann spring ich einfach da runter Hallo, mein Geld Wo ist mein Geld? Geld Er hat gerade Verstärkung wahrscheinlich gerufen Geld Ehrlich, ich laufe schneller Vielleicht einen da mal reden kann Hahahaha Ey, Snow, hast du ein bisschen Schnee für mich? Alter, was ist das denn? Ich bin tot, ich wurde überfahren Was? Du fällst von mir einfach nur um Ja, von mir auch Hä? Mann, hier liegt sein Geld Hallo, hier wurde gerade wieder einer erschossen Ist doch super, jetzt klauen sie das Geld von meinem Kumpel hier oder was? Er musste gerade eben schon ein Ticket für 5000 bezahlen Jetzt haben sie ihn auch noch das Geld hier aufgehoben Das wollte ich gerade für ihn sichern Ja, sag mal der Polizist ist ein Lied Ja, der Snow, der will jetzt wiedergeben, der ist nur sehr leise Also sie sind ganz schön leise, Herr Snow Haben sie eigentlich ein bisschen Schnee für mich? Alter, das ist ja leise, aber da stimmt man ja echt nicht ein bisschen Das liegt wohl an der Kommunikationsecke, hab ich vor kurzem bei einem Ja, vielleicht am falschen Kanal oder so Habt ihr auch so komische Geräusche oder so? Was für Geräusche? Was für Geräusche? Sie reden, okay Die hören sich mal komisch an Das ist Polizei, die fährt da irgendwo rum Oh, da ist die Polizei Sie sind hier voll am durchkringen Drachen gerade Sag dem mal, der soll mein Geld wiedergeben Ja, guck mal was der macht Kann er mich überfahren? Kann er mich überfahren? Kann er mich überfahren? Der bringt dir dein Geld dann wieder Dein Bargeld Die rufen mich an Ja, ich will das ganze alles Ja, das musst du mit den Polizisten haben Hey So, alles gut? Ja Ja Ich hab ihn gehört So, hier Hallo Da ist er Der andere Polizist, der andere Polizist hat mir 5000 5.000 auch wieder zurück Ja, ich will dir 5000 wieder Ja, ich will dir 5000 wieder Wegen was für 5000? Nein, nix Nix mit Nix mit 200 Ich hatte 5000 Ja, die waren auf dem Boden gelegen gerade Ja, der andere Polizist hat mir einfach ein Ticket von 5000 gegeben, warum? Und wieso? Ja, der hat's mir nicht erklärt Der war irgendwie ganz stumm, hat nix geredet Warte, ich rede mal kurz mit ihm, okay? Oh, wo ist mein Rucksack hin? Was ist da? Mein Rucksack ist weg Ja, ist verstorben Den hast du nur gemietet, ja Das heißt, ich habe jetzt 3500 zum Mieten ausgegeben? Ja Ja, scheint Kann ja nicht wahr sein Speichert der Server das hier nicht oder was? Drück mal Z Das scheint ganz so Ähm, Doppelung? Ja Ja Wie viel Geld hast du auf der Bank? Wohann hätt ich was Bankes? Was für den Poste? 5310 Ich bin seit zwei Minuten im Spiel und da gibt mein Geld weg hier Und 5340 hab ich noch in der Hand Hä? Warum läuft der weg? Egal Ne, jetzt einfach Super Die Leute sind verrückt Ähm Ja Wir sind jetzt da rum Wir sind jetzt alles hier auf dem Server Nicht, dass ich jetzt einen falschen mute Wir sind alle auf dem Server Ja Ich weiß jetzt auch Ja Nur der Major heißt Mist hier Danke Cool Hast du das Geld wieder? Ja Das ist gut Und ich hab letztens meine Fahrlizenz verloren Kannst du dir nichts erklären? Äh, der andere war irgendwie Aha Ja, ja Moment Ja, äh Der andere war irgendwie Ich finde das wirklich Jeremy, hast du Geld? Ja, hab ich Ja Kannst du mir was abgeben? Damit ihr immer wisst wer ich bin, hab ich auch wieder den gleichen Hut an wie sonst Äh, wie viel brauchst du? Wie viel brauchst du? Fünf bis zehn Euro Ah, so viel hab ich nicht mehr Hey, der hat zum Ist der bei uns im TS? Ja Hey, Tim Tim Schicker Stil Jeremy Jeremy Der ist bei uns im TS? Ja Ja Oh, ich dachte das ist ein Spieler Nee Hallo Hallo Ja, lass mal streiken oder so Streiken Wollen wir mal fragen, was da für uns ein Streik hält? Wir demonstrieren So wie gestern Hinsetzen, sag zu Hallo 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 Ich hab' den Fakten und selbst mich auf die Bahn Setzen Genau Ich hör' nix Ja, aber du schon Sollten uns auf die Straße setzen, zum Sinne zu gehen Ja, warte Ja, warte Sollten uns auf die Straße setzen, zum Sinne zu gehen Wie wieder? Das hat mehr Okay, gut Am besten an der Hof Einfahrt Hä? Was will der denn? Warte mal, ich hab gar nichts gestanden Können Sie sich wiederholen? Äh, was hab... Ich hab nix gehört Hallo, hallo, hallo Ich hab nix gehört Nee, hab dich schon geflittert Ah, ist der Spiegel, okay Warte mal, ich hab dich gefragt, was wir kommen, wenn wir den Weg überfahren Ja, warte Ja, warte Ja, ich hab den Weg übernehmen Okay Okay Warte mal, ich frag mal eine Snowbo sich am besten anbietet, einen Streik zu machen Hahaha Wir sitzen schon mal in der Einfahrt Ja, so Kann ich nix tun? Der kommt von der ersten O an Hey Leute, komm, hört auf zu treuen, hofft euch woanders hin Ist doch nicht schwer, komm Das ist eine Einfahrt und ihr müsst euch nicht hier noch Was macht der da? Wir streiken hier Sitzstrax, sit in Setzt euch einfach dazu Ah, das ist ne Party Ah, das ist ne Party Wer jetzt nicht sofort aufsteht Wer jetzt nicht sofort aufsteht Der wandert für ne Viertelstunde in den Knast So einfach ist es Kann ich ab nicht werden, dass das äh Gefängnisrechts auslauten Nee Das darfst du nicht Hahaha Sonst runtergegangen Ehm, wie der eine noch mal dazukommt, ne, der kommt ja gleich Patrick Nee Also in 10 Sekunden sind alle weg, wer nicht weg ist Wer nicht weg ist In 10 Sekunden sind alle weg, wer nicht weg ist, kommt in den Knast Boah, warum so hart? Darf man hier mal durchfahren? Und du F***, was ist jetzt los? Setzt euch da einfach dazu Das ist eine kleine Party Ich hab auch noch ein bisschen Hasenfleisch da Ich hab auch noch ein bisschen Hasenfleisch da Ja, das haben wir festgenommen Awww Awww Wie langweilig ist das denn? Also echt, ey Könnt ihr auch mal der Party mitmachen Toll, echt voll, toll Awww 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 Ich will aber gerne Mieten die abgeführt haben Hallo Hallo Echt, ey Kein Spaß Ach, irgendein Snow, hast du doch noch Schnee für mich? Scheiße Ja, was Ey, der hat Christopher Schnee für mich gefahren Ja, das ist ein Blautier Guck, schnell, du hast mich gefahren Das ist ein Schnauertier Guck, schnell, du hast mich gefahren Das ist ein Schnauertier Das ist ein Schnauertier Du hast dich befreit Du hast dich befreit Snow, hast du Schnee für mich? Was? Ja, der küsst doch mal Der hat nicht nur raus für mich gefahren Dann ist das Der hat nicht nur raus für mich gefahren Er ist gesgenommen Was? Ehe? Ein Schnauertier Eheh Eheh Hallo Ich will mich hier bitte aufmerktieren Ich sitze hier auf dem Wasserhahn. Ich will aber einen Hubschrauber. Wer ist denn da dritten? Was ist denn hier? Wir nehmen hier einen Helikopter. Kann ich auch da rein? Boah, Polizeigewalt, Polizeigewalt! Polizeigewalt, helft uns doch mal hier wegen dieser Willkürlichkeit hier. Ich kann da nichts machen, ich bin gefesselt. Ich häng hier auf dein Pranko und komm hier nicht runter. Du redest im Dings Side-Channel. Achso, das ist gut. Das macht auch nichts. Ich hab ein Problem, ich bin irgendwie gefangen genommen worden und stehe jetzt auf dein Quad und ich weiß nicht warum. Wie komm ich denn jetzt runter? Wo seid ihr alle hin? Mein Gott, was soll denn das denn hier? Ich sitze im Hunter. Wo ist die Demokratie hier? Ich kann nicht aussteigen. Bin frei! Warte mal. Nur wegen bisschen Sitzen wird man hier festgenommen. Ich sitze im Hunter. Get out. So. Geht nicht. Geht nicht. Oh, ich wurde freigelassen. Geht nicht. Was? Mich haben die hier vergessen, glaub ich. Hä? Bei mir kommt jetzt erst. Hallo. Der Dom-Repp wurde von... Verhaftet. Nupolus-Fahrer. Wie kann ich Polizist werden? Zehn Minuten. Nee, du musst es selber anschauen. Du verstehst mich wohl später. Ich frag den. Ich frag den. Ich hab Jahre lang Erfahrung. Ich kann nicht von deinem Ding runter. Das ist irgendein Leck. Jetzt soll ich in zehn Minuten sitzen bleiben. Ist ja langweilig. Ey, ich steh hier ernsthaft auf dem Quad und komm nicht mehr weg. Ich sitze im Hunter und komm nicht raus. Ja, das drück ich seit einer Viertelstunde. Glaub mir. Ja. Kann doch nicht. Glaub mir. Nee, geh ich ja nicht. Was ist hier los? Ja, dann geht. Die Zeit, Hauptsache. Ich komm wohl da für den Quad runter. Was ist hier? Na, wer hat die Fertigung vergessen? Wer hat die Fertigung nicht bewusst? Nee, er fährt mich hinten. Die Zeit. Also ich sitze wieder. Das Problem ist, ich komm von seinem scheiß Quad nicht runter. Ja. Weil er festgenommen worden ist. Ja. Ah! Jetzt! Ah, ich bin unten! Herrlich! Was? Überfahren haben Polizisten? Hallo, ich wurde aus Versehen festgenommen! Hey, wie bezahle ich denn bitte schon eigentlich hier, die Strafen? überfahre mich bitte ich komm hier nicht weg okay jetzt bin ich festgenommen ich bin frei Sitzstreik Sitzstreik Hallo ich häng hier fest da hinten ist mich in der Lagefeuer da könnt ihr euch alle schön hin äh du kannst nicht laufen ne wenn du festgenommen bist nicht wo kann man denn was kaufen herrlich was brauchst du und wo bist denn du jetzt warum wofür bin ich eigentlich festgenommen worden der Marktplatz da wird das denn mit ne sind so viele äh weil ich mich einfach hinsetzen hab das will ich ja für ihn wissen hallo der hat mich ja eigentlich gerade nur aufgenommen also der dämlich ist die Polizei die redet nie so richtig ne die Fahrschule die ist hier vorne das große Gebäude hinten hinten raus am Marktplatz rechts äh links raus wenn du übern Marktplatz läufst wie gesellschaft einer von euch soll auch noch missverankraftet werden ich bin schon verhaftet gewesen ich saß im Handwerk ja ich sitz jetzt acht Minuten im Knast links raus links raus wo ist denn links raus so ganz nach hinten durch am Marktplatz und dann ist steht da so ein großes Gebäude drei stöcke weg eh oh ja ich dachte wir müssen die Polizei ärgern können wir auch irgendwas effektives hier machen ja ich brauche jetzt mal ein Auto damit ich überfahren kann wir können farmen gehen ja ich hab immer nix gefunden also ich komm jetzt erst nur in Blau hier bei mir hier hier da ist ja da ist ja da ist ja da ist ja ich glaube ja ja mit dem sitz ich noch hier drinnen bei dem kann ich aber nix auswählen Mauskot er geht nicht doch ah Menno äh da frei also ich hab hier grid 036 131 ja jetzt jetzt zieht er weg grids 036 Dominix ah der hatte ich auch mal angebot ich bin ja schon etwas länger bloß weil ihr mich vergessen habt finde ich es unfair dass ich jetzt auch 10 Minuten im Gelegennis rum hier gibt es aber nur Boating Lizenz hier gibt es aber nur Boating Lizenz Piloten Lizenz und Truck Lizenz hast du denn schon Führerschein gekauft nö drück mal Z könntest du mich mal langsam freilassen ich bin seit einer halben Stunde hier gefangen genommen worden ey warum hab ich denn schon eine Driver Leitze weissens weiss ich nicht hast du denn eine gekauft oh cool ne hab ich nicht ach Drango ist auch bei uns hier geht wieder Z weg ach schließen unten ach da ist der Drango ey Drango bist du noch gefetzlich? ja jetzt gehts wieder der Autohändler ist hier vorne ne und jetzt lauf ich wieder langsam das ist ja scheiße ach du hast richtig er läuft Drango läuft oh mein Gott ja jahuu so jetzt rennt man noch ein bisschen wettig ich bin sechs Minuten frei aber sag mal ey wir machen jetzt hier einen Aufstand oder? boah mieten mieten ist nur also hier drinnen hören die uns mieten bleibt mieten bleibt mieten bleibt er dir nicht erhalten mieten 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 per單 wети mieten mieten sch suceder m So, ich wäre jetzt mal für einen richtig guten Coop. Ähm, wir können ja noch ein bisschen Geld machen, können wir uns ein vernünftiges Auto holen. Ja, warte, ich fahr mal schnell, um mich dann zu gewöhnen. Ah, warte. Hallo. Ich glaub, die blitzen dich schon wieder. Ich? Ja. Ich fahr doch gar nicht so schnell. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so schnell gelaufen. Jetzt kann ich aber fahren, ne? Ja. Moin. Man soll ja immer freundlich sein. Also, ähm, hast du dir ein GPS gekauft, oder? Das ist meine Polizisten. Ja, kann ja nicht sein. Dann lässt er mich erst auf den Sport rumfahren und dann lässt er mich auch noch zu lange im Gefängnis. Ach, die rechte Steuerung, ich hab die ganze Zeit die linke Steuerung mitgebracht. Ja, ja, das meine ich. So, ich hab jetzt 8000, ich geb die Dynamo für euch mit aus. Moin. Wie saß denn so viel Geld? Weil ich gerade viel sicher vorgesehen war. Ähm, mach mal so ein bisschen neben der Straße. Ähm, jetzt ist das hier schnell. Moin, return to formation. Wollen wir wieder Zettel machen? Oh, ja. Äh, ich soll doch nicht einfach abschießen. Alter. Mach so Bescheid. Naja, eigentlich freue ich's ja nicht. Ich weiß, ob er jetzt auch so, oder? Wieso, jetzt gleich links? Ja, passt. Wo ist die Null angelaufen? Oh, hier liegt Geld. Okay, weiter. Was ist denn noch? Ja. Sind wir rein und wogegen? Oh, ja. Tank ist beschädigt. Ja. Na, nur weil er viel mehr zu schnell fahren. Na, ich hab Donuts. Da vorne, wo der andere aussteht. Ich hab Donuts. Hier. Ja, was ist mit unserem Tank? Äh, wir können jetzt nicht mehr so schnell fahren. Kaffee. Also tschüss. Ich mach da jetzt hier Kaffee-Party. Alter. Nein, ich spüre. Äh, U drücken. Muss erst U drücken. U? Genau. Ja. Was passiert mit U? Dann schießt das Auto auf und ab mit. Am besten nochmal jetzt U drücken, dass jetzt jemand von außen drangeht. Wie hast du die Sachen jetzt aufgeholt? Mit der Windows-Taste. Mit der Windows-Taste? Mit der Windows-Taste? Die Windows-Taste mit dem – der Windows-Taste wird. Mit der Windows-Taste mit einnehmig. Die Windows-Taste mit einem anderen. Der Windows-Taste mit einem anderen. Best Diante. Barton